Freude herrscht bei Reiseez. Freude, wie wenn man ein vierblätteriges Kleeblatt gefunden hat. Und diese haben die Suche danach erfolgreich abgeschlossen. Von rechts nach links Markus Schummer, Direktor eWeBux, Provider von Reiseez.net. Dann Detlef Bloch, Bereichs-Aitung Customer Sales Operations. Christa Köppel, Gemeindepräsidentin von Wittnau und Vorstandsmitglied von SwissDigital und der Buxer-Stadtpräsident Daniel Huet. Jetzt gibt es also alle vier in ihrem Revier. Also Internet, Fernseh und Fischnetz. Und neu ist eben das Mobile. Und neu sind auch die Menschen, die sich spontan als Markenbotschafter gemeldet haben. Weit mehr als nur diese vier. Und das ist das Mobile-Angebot auf Einblick, das man an verschiedenen Stellen, aber auch online kaufen kann. Christa Köppel ist auf jeden Fall begeistert. Genau. Digital, lokal ist genial. Das heisst, Sie können bei allen Reiseez.net Partner heute die Produkte Fernseh, Radio, Internet, Festnetz, Telefonie und Mobile einkaufen. Sie können sich selber ihr Abonnement zusammenstellen. Und Sie haben dann eigentlich alles aus einer Hand. Ein Ansprechpartner. Und, weil wir ja lokal sind, haben Sie ganz, ganz kurze Wege. Und ich bin überzeugt, dass ein Haufen Leute Spass haben an Kommunikation, aber nicht unbedingt Technologiekrecks. Das sind vor allem Seniorinnen und Senioren. Die sind sehr, sehr dankbar und schätzen sehr, wenn Ihnen gerade vor Ort geholfen wird. Und wenn Sie kein Internet wollen, dann können Sie ja nur das Telefon nehmen, oder? Natürlich. Sie können auch nur eine Festnetztelefonie und eine Mobiltelefonie nehmen. Sie können aber dazu das Internet konfirmieren. Sie können gleich zusammenstellen, was Sie möchten. Auch, ob Sie jetzt ein Power-User sind, und auch so viel Sprutz brauchen. Oder ob Sie eher gelegentlich einmal ein von diesen Angeboten nutzen. Also, Sie haben komplette Wahlfreiheit und Sie können Ihr persönliches Profil zusammenstellen. Spannungsstown Spannungsstorden Spannungsstern Spannungsstern Vielen Dank.